Herzlich Willkommen zurück zu Engineers mit dem Gorobai Gorob hat mich gerade angemerkt, dass ich das da nicht einfach so hinstellen kann Doch, eigentlich schon Weil das kann man einfach so abbauen Bam, dann kriegst du nur so ein Maschinen-Frame raus Das ist so der Klassiker Ja, willst du das abbauen? Ja, müsste gehen Nein, Maschinen-Frame, sowas brauchen wir noch Nein, das ging nicht Jetzt brauchen wir die Storage, ne? Ja, ich baue, also Ja, wir brauchen jetzt die Ich baue grad Ein, also 64k wäre ja schon edel Aber Ich glaube dafür möchte ich dann wirklich Rezepte abspeichern können Oder Rezepte drin liegen lassen Warum? Weil Ja, erstes Rezept mal angeguckt, da brauchst du Storage Cluster Für den Storage Cluster brauchst du drei Storage Blocks Für die Storage Blocks brauchst du drei Storage Segmente Für die Storage Segmente brauchst du drei Storage Cells Das geht jetzt Das ist voll assi Naja, gut, ne? Naja, gut Aber mit Das müssen wir auch bauen, ey Mhm Weil Kannst auch mit 1k anfangen, aber ich weiß nicht wie cool das ist 1k lohnt sich überhaupt nicht Wenn dann 16 überhaupt Ja gut, aber wenn du 16 machst, dann kannst du genauso mit 64 machen Ja eben, dann kannst du schon mit 64 machen Das Problem ist, dass wir uns das da nicht teilen können dann Warte mal Add Termal Add Termal Expansions und Zettel zum Rezepte speichern Ähm B? Doch! Thematik Ah, ok, ich hol mal eben das Ich bin gespannt Doch! Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert Ich auch nicht Meinst du, die Leute merken das? Nein Oh, ich habe eine Schematik gefunden Oh, ich kann sie schreiben Geil Ah 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 Mit Kleid Wie macht man eine Schematik? Bei Papier und dann Lapis drunter Lapis Hast du noch Lapis? Ja Party Party? Party Ich bleibe gerade Schematiks Hier kannst du auch schon mal welche haben Hier passen eh nur 3 rein Yes Bei 3 Aber die Also ich habe jetzt die ersten 3 Ich habe jetzt den Stowage Cell Stowage Segment Und jetzt mache ich den Äh Den Stowage Block mache ich jetzt Und du müsstest dann noch den letzten machen glaube ich Also ich muss den Du musst den Den Cluster Den Cluster machen So dann habe ich hier den Cluster Ja und dann legst du die Schematik rein Oder klickst die Schematik an Ne reinlegen Und dann auf unten rechts auf Achso das Rezept musst du noch reinlegen Warte So Und jetzt unten rechts auf Right Schematik klicken Ja habe ich da schon Achso Ah da ist es ja Aber du kannst hier oben wenn du da auf den drückst Dann kannst du das weg machen Klierst du das genau ja Aber hier in dem kann das ja drin bleiben hier Interessant Okay Dann kann man hier nämlich schon mal Glas und Glowstone reinlegen Den anderen Schüssel braucht man dann nicht Äh Ja hier Glas und Glowstone ne Kann ich ja erstmal So und dann hier muss ich Redstone Ach warte ich hole erstmal alles raus Und guck was ich jetzt hier Ach wenn man Shift drückt sieht man auch welches Item drin liegt Im Schematik Dann sieht man das äh Ah stimmt Ist cool So So ich habe dann mal hier jetzt schon mal Geile Sachen reingepackt Die du jetzt wieder rausgenommen hast So wie das muss ja warte das muss rein Das muss rein Das muss rein Äh Redstone muss rein So was brauchen wir hier Glas muss rein Haben wir noch Glas? Ja ich Ansonsten müssen wir Sand haben Ja wir haben hier Glowstone Bremer haben wir Glowstone Oh ich hoffe wir haben Glowstone Ja haben wir okay Okay So dann fehlen hier jetzt nur die ME Advanced Processor Achso die DIA Dinger ja Warte Die habe ich Ah da brauchen wir immer mehr Weil Ja wir brauchen noch ganz viel Wir müssen auch noch mehr Quarz schmelzen und so Hier ist ein 64er Stack drin Ich packe mal noch eins rein hier So Hast du denn schon ein Rezept wie man die macht die DIA Dinger? Ne ne? Ne das habe ich noch Das kannst du eigentlich auch machen Das kann ich dann mal machen Ja Brauchst du hier DIAs Und Redstone nochmal Ich hole nochmal was Und Und das Messer Ja und Redstone Warte ich habe Redstone reingelegt Und für Gold brauchst du auch Oder? Gold ist drin Ja aber für die Gold Dinger müssen wir dann auch ein Rezept machen Ja gut Kann ich ja auch gleich machen Warte mal Ja Ähm Hier Soll dann das verdienen Gold So und im Amboss Im Anvil könnten Müssten wir die ja ähm Umbenennen können Umbenennen? Achso die Schematics Ich teste das mal Warum willst du die umbenennen? Damit du weißt was da drin ist Hier steht ja so schon da drauf Aber findest du es zu lang oder was? Kann man umbenennen Für 5 Level halt Findest du das zu lang oder was? Ja ich seh das nicht ganz Ich weiß nicht wie es dir geht Also ich seh es Storage Cluster Name Advanced Processor Assembly Ja das seh Ok das seh ich dann auch Ok Ja Ansonsten drückst du Shift Dann siehst du ja was es ist Ach ja Ach ja Shift Das hab ich ja total vergessen wieder gehabt Wieder gehabt So ein komischer Scheiß Technik ey Technik Technik Fortschritt durch Technik Das Auto Ich hol nochmal Silikon Gehohrt keinen Schaden oder so Deswegen machst du das Projekt auch mal zusammen mit mir Projekt mit mir Machst du ein Projekt zusammen mit mir? Projekt Das ist unser Projekt 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 Was machen wir eigentlich wenn das große TroubleTown Projekt am Start geht? Pausieren wir Engineers? Nein 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 also Müssen wir mal sehen ne? Vielleicht sind wir dann ja auch fertig mit Engineers Vielleicht ja Glaube ich aber nicht Ne ich würde es nicht pausieren Und müssen dann auf Engineers Staffel 2 warten Ich würde es nicht pausieren Ich glaube wir haben hier noch einige Sachen die wir mehr Also noch mehr Spaß haben können Spaß Spaß mit Zügen Hast du denn hier? Was machst du denn jetzt? Wie schmelzt die Dinger Warum machst du das denn hier? Weil das kürzer ist Man hat zum Glück nicht gehört wie ich ein Facepalm gemacht hab Ein Glück Leute Ein Glück Man Man Ach Manu Schneefinance Wir brauchen so viel Zeug Wir haben doch alles Ist doch alles ruhig hier Vielleicht reicht auch eine 64er erstmal Nein dann machen wir gleich ein paar Ja klar aber Bis wir die eine fertig haben ey Alter Vater ey Das ist der DIA Prozessor Muss ich den DIA Prozessor Ja natürlich Oh Gott Oh mein Gott So davon brauchst du 3 jetzt Das hat das super funktioniert Hast du auch gedrückt? Ne Da fehlen aber Storage Cells Du hast nur 2 Neuuuun Moment Achso ne die haben wir ja da drin Ach du großer Gott Ganz viele Bauern Arschlecken Sooo Jetzt bauen wir die Die jetzt golden Dinger Ist drin Wupp wupp Ja So Jetzt bauen wir Den Gehen Das dauert ewig Das dauert ewig Wir brauchen noch mehr von den DIA Dingern Ich bin grad dabei DIA und Gold Attacke Oh Erstmal was essen Wo sind die Gold Dinger denn jetzt hin? Äh Ja alle Ich hab doch gerade welche produziert Die hab ich doch gerade verbraucht Ich sag ja die gehen so ruckzuck weg Ruckzuck So zwei Stacks Silicon hier Silicon Wo ist denn jetzt? Die Sachen verschwinden immer Verschwinden nicht Ich hab doch schon welche gebaut hier Ein Block ist schon fertig Wir brauchen jetzt noch Nein Ich hab Ich hab gerade hier die Die Basic Prozessor Assemblies gemacht Die sind aber irgendwie weg Ja Ok Hab's hier nicht Da sind doch drei drin Ja die hab ich ja auch eben schon gemacht Aber hier Ich versteh's nicht Das sind zwei Ah Der klaut wieder Wär ich doch nicht Ähm Wo kann denn das im E hin So während so das Zeug backt? Backen tut Nirgendwo Wir bauen das einfach in das Haus Jux Und stellen das dann zur Deko irgendwo hin Das kann einfach irgendwo Ich würd fast Also Oben oder? Ja aber da muss der Ausgang unten sein Ausgang unten Die Kisten verschwinden hier alle Stimmt Ja dann könnte man die eigentlich Das hier hinstellen Man könnte das eigentlich hier in die Mitte stellen Und da drunter Ach ne hier geht's ja nicht runter Aber hier drunter kann man dann die CPU machen Ja Ja das geht Ja dann macht man da drunter noch eine Aushöhlung Und da drunter die CPU Damit wir Sachen automatisch beachten lassen können Ja CPU ein bisschen weiter weg fahren Das ist sowieso nicht blöd Weil die kann ja explodieren Und? Und? Meint's was hier abgeht wenn wir das Atomkraftwerk gebaut haben? Eigentlich müsste man das echt noch machen ne? Das machen wir auch Einfach so zwei Typen die keine Ahnung wo davon haben Atomkraftwerk bauen lassen So Ich hab jetzt noch ein paar Dinger gebaut gehabt ne? Warte mal davon brauche ich jetzt sechs erstmal Sechs So davon brauche ich jetzt noch zwei Davon habe ich dann jetzt einen So jetzt brauche ich nochmal sechs davon Die geht Schritt für Schritt Die geht Schritt für Schritt Ein, zwei, drei Ich brauche mehr Gold Mehr Gold Gold, Gold Jawoll Geil So Drei 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 Vier Äh drei So Dann Ich hole nochmal Redstone Was man da alles verballert von ne? Ja Unglaublich Nur auf Redstone Wir brauchen noch mehr Basic Dinger Bauen wir mal ein paar Was da weg geht an Zeug ey Das ist unglaublich ey Bauten MW System haben sie gesagt Bauten MW System haben sie gesagt Das wird witzig haben sie gesagt Am Arsch Au Ich bin kurz eskaliert jetzt Eskaliert Es eskaliert hier gerade Es eskaliert Das dauert zu lange Du hast sie rausgenommen Nein Hättest du dich wenigstens noch einen abwarten können Wir haben die Weinen Woah So A Jane Alleine nun ja noch niet No Die brauche ich zum Weitermachen weiss Einen Oh oder Oh man Das ist toll ne? Ja Das ist ziemlich witzig Ich Richtig witzig Boah geil Ja, da fehlt Closedown, würde ich fassen. Wieso fehlt da Closedown? Okay, du bist da rein. Boah, krass, ey. Oh, was sieht alles aus? Knallen. Ich bin ja schon ganz schlecht. Ja, das ist doch ekelhaft. Ja, gut, einen haben wir jetzt gebaut, ne? Was? Also ein Storage Cluster, oder? Guck mal. Wow, ein 64er! Ab in die Lava! Nein! Einer ist gebaut, jawoll. Ab in die Void Chests. Ich bin gespannt, wie schnell du bist. Oh nein! Nein! Vertraut sich, die reinzulegen. Du kannst die Stimme rausnehmen. Okay, ich mach das. Nein! Ey, fährt auf! Geht's hin zur Chest? Er guckt rein, okay? Oh! Leute, das war auf jeden Fall ziemlich witzig gerade. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, Tschüss! Tschüss! Tschö-dee! Bis zum nächsten Mal.